Ich habe viele Fragen bekommen, bezugnehmend auf die Folge mit der Google-Weiterleitungsrufnummer und wie man über Telefonate dann quasi noch die Umsätze zurück übermitteln kann. Ja, und auf die Fragen will ich eingehen und will gerne euch auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was man eben noch so für Strategien dort ansetzen kann. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Master of Search Podcast. In einer der letzten Folgen habe ich dir aufgezeigt, wie du mit der Weiterleitungsrufnummer und dieser Google-Funktion zumindest an Google zurückbemitteln kannst, wenn ein Telefonat über eine Google-Anzeige zustande kam. Das kannst du entweder benutzen auf deiner Webseite, so wie ich es dort skizziert habe. Das heißt, Google guckt auf deiner Webseite nach deiner originalen Telefonnummer und ersetzt diese durch eine Google-Weiterleitungsrufnummer. Das kannst du auch und sogar ohne jeglichen Code einfach für deine Kampagnen aktivieren und wenn Nutzer deine Anzeige auf der mobilen Seite von Google sehen, dann bekommen sie ein Telefonhörersymbol, können dort darauf klicken und rufen quasi direkt bei dir an. Zwar auch wieder bei einer Google-Weiterleitungsrufnummer, da fällt es aber wirklich nun überhaupt nicht auf. Weil die Leute sehen deine Anzeige, klicken auf das Telefonsymbol und du wirst quasi sofort verbunden. Genau, das ist sozusagen die eine Ergänzung, die ich da für dich habe. Du kannst es also nicht nur auf deiner Webseite verwenden, sondern eben auch innerhalb der Google-Suchergebnisse. Das nächste, was ich dir noch mitgeben möchte und was für viele auch so ein Aha-Effekt ist, du kannst im Nachgang dann über die sogenannten Offline-Conversions den wirklich realisierten Umsatz übermitteln. Und das kannst du eben nur, wenn du vorhergehend eine sogenannte Weiterleitungsrufnummer eingesetzt hast. Wie kann das Ganze funktionieren? Falls dir Offline-Conversions schon etwas sagen, dann kennst du das klickbasiert. Das heißt, du kannst mit der sogenannten GCL-ID, das ist eine sehr lange alphanumerische Zeichenfolge, die Google bei jedem Klick auf eine Google-Anzeige an deine Webseite hinten ranhängt. Das macht Google ganz automatisch. Kannst du gerne ja mal bei deinen Anzeigen prüfen oder eben bei einer anderen Google-Anzeige, auf die du draufklickst. Und wenn du auf der Webseite des Werbetreibenden gelandet bist, dann schaust du mal oben in die URL-Zeile und guckst mal nach Fragezeichen bzw. dem Kaufmanns-und und dann kommt GCL-ID gleich. Und dann kommt eben, wie gesagt, diese circa 40 bis 50 Zeichen lange Folge von Buchstaben, Nummern etc. Und diese GCL-ID kannst du bei dir abspeichern und kannst sie später an Google wieder hochladen und kannst sagen, mit dieser GCL-ID gab es einen Umsatz oder du kannst sogar einen Gewinn übermitteln. Das ist ja dir frei überlassen, was du dort rüber schickst. Ja, gab es vielleicht einen Umsatz von 5000 Euro. Das heißt, von diesem Klick auf deine Webseite gab es vielleicht ein Kontaktformular. Du hast diese Google-Klick-ID einmal gespeichert. Da gehe ich jetzt nicht zu tief darauf ein, wie man das technisch machen kann. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Unterstützen wir dich sehr gerne dabei. Und dann kannst du eben zum Beispiel einmal die Woche oder einmal im Monat einen Prozess installieren, wo du dann diese GCL-ID mit den jeweiligen Umsatzwerten einfach hochlädst. Diese GCL-ID kann ein weiteres Datenfeld sein, so wie es auch der Vorname, der Nachname, das Unternehmen, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer ist. Und apropos Telefonnummer. Das Gleiche kannst du machen, wenn du die Offline-Conversions verwendest für Anrufe. Ja, klingt jetzt vielleicht erst mal ein bisschen spooky, also ein bisschen unheimlich, aber du kannst dir in Google Ads einen Bericht geben lassen. Und zwar gehst du da auf den Bereich Berichte, erstellst dir einen neuen Bericht und kannst dann die Telefonnummer des Anrufers auswählen. Ja, und dann bekommst du für den jeweiligen Zeitstempel die Telefonnummer von demjenigen, der dich angerufen hat, also der an deine Rufnummer weitergeleitet wurde, eben über diese Google-Weiterleitungsrufnummer. Ja, diese Information hat eben nur Google in dem Moment, wo du diese Weiterleitung verwendest. So, und dann kannst du dir bei diesem Bericht eben regelmäßig diese Rufnummern herausziehen, beziehungsweise du kannst ja natürlich auch von dem Kunden, der dann anfragt, die Telefonnummer entsprechend notieren. Aber du kannst im Prinzip später die Zuordnung wieder anhand genau dieser Telefonnummer machen. Ja, das heißt, du nimmst nicht die Click-ID, wie ich es eben skizziert habe, sondern du nimmst die Telefonnummer des Anrufers und sagst dann Google wieder in einem Prozess, einmal die Woche, einmal im Monat, wie häufig das dann eben bei dir sinnvoll ist und lädst den realisierten Umsatz mit dieser telefonischen Anfrage und dem telefonischen Auftrag dann wieder an Google hoch und sagst, hey, mit der Telefonnummer 12345 habe ich einen Umsatz oder vielleicht sogar noch besser einen Gewinn von 5000 Euro realisiert. Ja, was macht Google in beiden Fällen? In beiden Fällen ordnet Google zum ursprünglichen Anzeigen-Klick, denn das steckt in dieser GCL-ID beziehungsweise in dieser Telefonnummer ja, diesen Umsatz zu oder diesen Gewinn zu. Und das siehst du dann in deinen Google-Ads-Kampagnen und das Magische, was dann passiert, ist, du kannst dann eben genau sehen, auf welches Keyword hat der Nutzer vorher geklickt, wo er dann bei dir im Prinzip angerufen hat und in einer längeren Betrachtungsphase kannst du dann natürlich auch sehen, welche Tageszeiten, welche Keywords, welche Standorte, welche Regionen, Regionen, welche Zielgruppen, welche Interessenskategorien, alle Signale, die Google auswerten kann, kannst du dann eben entsprechend auch auswerten und sehen, worüber kam denn der meiste telefonische Umsatz oder worüber kam der größte Gewinn. Und noch viel besser, als dass du das alleine auswertest, ist es natürlich dann wieder für die Geburtsstrategien. Wenn du der Geburtsstrategie entsprechend diese Informationen übergibst und sagst, hier ist nicht einfach nur ein Telefonat zustande gekommen, sondern aus diesem Telefonat wurde auch wirklich ein Umsatz von 5.000 Euro, dann kann Google auch aus diesen Conversion-Daten natürlich viel, viel besser lernen und deine Kampagnen noch viel mehr und besser optimieren, sodass du zukünftig mehr Umsatz oder mehr Gewinn generieren kannst. Ja, das als Ergänzung eben zu dem ersten Thema mit der Weiterleitungsrufnummer und dass das gegebenenfalls Kunden irritieren könnte, das habe ich dir in der Folge schon nahegelegt. Wenn du sie noch nicht gehört hast, dann hör da gerne jetzt nochmal rein. Das ist eine relativ kurze, aber prägnante Folge. Ja, und mit dieser Ergänzung wollte ich jetzt einmal auf ein paar Fragen eingehen und auf ein paar Themen, die wir Kunden noch erklärt haben. Und ja, wo wir einfach merken, das sind Dinge, die sind vielen Unternehmen und Werbetreibenden gar nicht bewusst, sind aber ein extremer Hebel für die Gesamtoptimierung und für die gesamte, ja, einfach Skalierung von bestimmten Geschäftsmodellen, wo einfach vieles nicht im ersten Kontakt läuft, also über einen Online-Shop, wo etwas bestellt wird, sondern eben im zweiten, dritten, vierten oder sogar noch viel späteren Kontakt. Ja, das ist also wirklich ein echter Hebel, wie du deine Kampagnen noch mehr optimieren und skalieren kannst. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, dann geh auf masterofsearch.de und buch dir einfach mal ein unverbindliches Erstgespräch und wir schauen, was wir dir da anbieten können. Dann bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020